Sie sind eigentlich bei dir wieder? Wir sind nicht alleine. Das macht ja nichts. Das Wetter ist gut noch. Okay, gut. Bei uns auch noch. Ich hoffe an anderer Stelle auch, dass das Wetter schön ist, aber dass sie sich trotz alledem noch die 30 Minuten für uns Zeit nehmen. Und dann würde ich an der Stelle auch schon fast pünktlich beginnen mit einer Minute Verspätung. Aber wir wollen die Zeit aufholen dann auch nicht. Wir gehen die Schinke mündlich an. Wir haben Nachmittag. Schönstes Wetter draußen. 30 Minuten für uns. Herzlichen Dank vorab. Herzlich willkommen noch mal zu den Keynotes. Wir sind heute so ein bisschen im Ausführenbereich oder beziehungsweise jetzt aktuell so ein bisschen ausführenden Bereich tätig. Und da freue ich mich sehr, dass mein Kollege, der Max, uns das Thema Zeitmanagement und Baufortschrittsüberwachung mit Autodesk oder mit der Autodesk Construction Cloud näherbringt. Und dann würde ich auch an der Stelle mich noch mal ganz kurz vorstellen. Das bin ich sozusagen live ohne Schnauze. Das Bild ist schon ein paar Tage alt. Das war jetzt quasi noch vor der Rasur. Also ich bin jetzt relativ neu, sage ich jetzt mal bei der Oxale, bin jetzt ein Jahr dabei. Bin aber nicht ganz neu im Baubereich oder im Bauumfeld. Ich habe ein paar Jahre am Buckel jetzt im Bereich von der AC, also im Bereich Architektur, Engineering, Construction. Ein paar Jahre bei Nemecek tätig, ein paar Jahre bei Autodesk tätig. Die letzten Steps waren dann bei Oracle und wie gesagt, zurück in der Autodesk Welt. Und ich freue mich sehr, Sie heute nochmals zu unseren Keynotes begrüßen zu dürfen. Und nun würde ich auch gerne das Ganze übergeben an meinen Kollegen Max. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich darf Sie heute durch das Feld Autodesk Construction Cloud, Zeitmanagement, Baufortschrittsüberwachung einmal durch begleiten. Wer mich noch nicht kennt, bin jetzt seit Anfang 2022 hier bei der Oxalia. Ich habe Dual-Energie- und Gebäudetechnik vorher studiert und danach auch einige Jahre Erfahrung gesammelt in den verschiedenen Planungsbüros, sowohl als Projektingenieur wie auch als Projektleiter und bin jetzt hier bei der Oxalia zuständig für die Schulungen, Consulting, Präsentation und den Support für die Fachbereiche Revit, Revit Project Box, OpenBIM, also alles, was mit IFC zu tun hat und eben auch ACC, also die Autodesk Construction Cloud, hier spezieller für den Bereich Bild. Und den werden wir uns heute auch noch mal genauer angucken. Ja, wunderbar. Max, dann übernehme ich Ihnen mal ganz kurz. Wir sind natürlich auch jederzeit gerne für Fragen oder stehen sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Sie können die gerne dann im Chat eintragen und wir würden die dann parallel auch beantworten, respektive vielleicht im Nachtrag Ihnen dann auch noch mal zukommen lassen. Vielleicht auch ganz kurz vorab, ohne dass bitte jetzt der ein oder andere rausgeht. Das Ganze wird natürlich auch aufgenommen und Ihnen dann auch zugeschickt. Also ich schaue noch mal genau auf die Teilnehmerzahlen. Ich hoffe, dass jetzt da keiner rausgeht. Aber um die Frage gleich vorwegzunehmen, es wird aufgezeichnet, Sie bekommen es. Aber danke fürs Drinbleiben. Sehr gut. Dann nehme ich mal wieder das Wort. Was steht heute an? Einmal kurz die Agenda besprochen, die Einleitungen, die haben Sie quasi schon geschafft. Der zweite Punkt wird sich heute mit dem Thema Zeitmanagement, Verbindung von Objekten mit dem Zeitplan in der Bild, also im Modul Bild befassen. Danach kommt Baufortschrittsüberwachung, Visualisierung des Baufortschrittes. Was ist hier möglich? Wie kann man das umsetzen mit der ACC? Was gibt es für Möglichkeiten? Was habe ich für Vorteile daraus? Danach einmal so, wie unser Schlagwort so ist, alles im Griff. Also wie funktioniert der Workflow? Und auch noch mal spezifiziert, Was ist der Vorteil? Wie kann ich das nachvollziehen? Wie kann ich damit umgehen? Und was bringt mir das Ganze denn für einen Benefit? Außer, dass es eben nur Einstellungen sind. Dann wollen wir uns mal noch ein bisschen angucken, Was ist denn aktuell in dem Fachbereich Bild, in dem Modul Bild? Wo geht auch die Reise ein bisschen von Autodesk hin? Was ist so unser Wunsch? Und dann haben Sie es letztendlich auch schon wieder geschafft. Sechste Punkt ist dementsprechend der Ausklang, das Ende. Da gucken wir uns Ihre Fragen noch mal an, werden darauf eingehen, sofern Sie nicht vorab im Chat schon beantwortet worden sind. Und dann sind Sie hoffentlich in knapp einer halben Stunde auch wieder entlassen, um den schönen Nachmittag noch zu genießen. Ja, gehen wir einmal rein. Warte mal kurz. Oder sich vielleicht auch unseren letzten Vortrag noch anzuhören. Wir haben am 17. Jahrhundert mal einen Vortrag. Richtig, danke für die Info. Kommen wir zum Schluss noch mal drauf. Schön fleißig bleiben. Genau. Autodesk Bild für das Baustellen- und Projektmanagement. Die Folie haben Sie vielleicht schon mal gesehen, entweder weil Sie bei uns in dem anderen Vortrag schon mal mit drin waren. Autodesk Bild ist eben die Lösung für den Baustellenbetrieb und das Projektmanagement zum Zeit- und budgetgerechten Abschluss von Bauprojekten. Wir wollen uns heute natürlich, es steckt im Namen, hauptsächlich mit dem Zeitmanagement auch befassen. Ich werde deshalb nicht auf alle Module des Bildes eingehen. Die habe ich schon mal vorgestellt. Auch einige Funktionen, das ist noch gar nicht so lange her, war im April dieses Jahres. Diesen Link, der hier angezeigt wird, den stelle ich dann auch noch mal in den Chat. Der ist zu unserem Videoportal. Da gibt es eben das Video weitergehen mit der Autodesk Construction Cloud, das eben die Frau Hindrichs, meine Kollegin Claudia, mit mir zusammen gemacht hat. Frau Hindrichs für den Bereich Docs, alles was Planung ist, Koordination, Kollisionsprüfung etc. Und ich eben für den Fachbereich Bild. Hier startet ungefähr ab Minute 37. Ab da wird es interessant mit den Bildmodulen. Vorher natürlich auch schon interessant, aber da sind dann tatsächlich die einzelnen Module interessant. Ja, gucken wir uns an, was ist neu? Was können Sie mit dem Zeitmanagement inzwischen mit der Cloud umsetzen? Wir haben das Modul Zeitplan in der Autodesk Construction Cloud hier im Fachbereich Bild. Ist schon länger implementiert, aber auch die Autodesk Construction Cloud wächst. Das heißt, ich kann einen Zeitplan von verschiedenen Programmen importieren, implementieren in mein Bild, in meine Cloud, habe dadurch den Vorteil, dass ich natürlich diesen Zeitplan meinen Leuten auf der Baustelle oder auch den anderen Usern zur Verfügung stelle, ohne dass der dementsprechend zum Beispiel MS Project haben muss oder auch die anderen Programme, die hier eben zur Verfügung stehen, um Zeitpläne zu erzeugen. Und man kann in der Cloud über diese Zeitpläne kommunizieren. Man kann Änderungen vorschlagen. Das heißt, verschiebt sich irgendwas, dann kann man darüber auch kommunizieren in diesen Zeitplänen. Das ist alles in dem alten Video dementsprechend oder in dem letzten Video hinterlegt. Wir wollen uns jetzt mal ein bisschen angucken, was ist denn noch dazugekommen? Warum habe ich denn das Ganze jetzt noch mehr, dieses Zeitmanagement noch mehr im Griff mit unserer Cloud-Lösung? Hier ist jetzt ein neues Feld hinzugekommen. Und zwar kann ich jetzt die Versionen dieses Zeitplanes miteinander vergleichen. Das heißt, hier habe ich jetzt ein Screenshot aus dem Bild, aus dem Zeitplan hier bei mir rausgenommen. Ich kann hier auf der rechten Seite frei einstellen, welche Versionen dieses Zeitplanes möchte ich denn überhaupt miteinander vergleichen. Das heißt, wenn ich hier eine Versionierung von Mai dementsprechend habe, an dem Tag habe ich dann zwei Versionen hochgeladen, dann kann ich jetzt sagen, ich möchte nur Version 1 und Version 3 miteinander vergleichen. Hier in dem Moment sind alle drei Versionen angeklickt und somit miteinander verglichen. Und ich habe hier natürlich einen großen Vorteil, dass ich eben das Ganze farblich visualisiert habe. Das heißt, hier oben sehe ich schon Version 3 ist dieser schwarze Balken, Version 2 ist dementsprechend hier dieser lilane farbene und Version 1 dann das blaue. Zudem habe ich den Vorteil, dass er mir die Änderungen quasi raussucht. Das heißt, er zeigt hier in dem Fall nur an, was hat sich denn geändert. Und wenn wir hier mal dieses Feld 397 uns angucken, dann sehen wir hier die Tragegestelle für die TGA-Rohinstallation zum Beispiel. Hier dauert das Ganze ein bisschen länger jetzt. Also hier ist eine Verlängerung von fünf Tagen hinzugekommen und dementsprechend ist der Balken hier mehr. Natürlich in den meisten Zeitplänen der Baustelle ist es oft so, dass hier natürlich Abhängigkeiten miteinander sind. Darum ist hier unten natürlich auch noch ein bisschen eine Änderung. Hier ist zum Beispiel die TGA-Rohinstallation der Decke dauert dann dementsprechend länger oder ist dementsprechend nach hinten versetzt. Das heißt, er erkennt auch diese Zusammenhänge oder Bild erkennt auch diese Zusammenhänge, schiebt es dann dementsprechend an, sodass Sie hier einen durchgängigen Workflow haben. Sie haben eine Erleichterung. Wo kommt die Änderung her? Sie bekommen es visualisiert. Sie können es vergleichen. Und dann natürlich auch, ich kenne es selber aus Zeiten der Baustelle, wie oft sitzt man da, wo kommt jetzt diese Änderung her? Wo schiebt es sich denn überhaupt hin? Da kriege ich es dementsprechend angezeigt. Also hier schon mal ein Vorteil. Sie brauchen nicht das Programm und Sie können das Ganze eben noch mal mit vergleichen etc. noch mal bedienen. Den Punkt 397, den können Sie sich mal merken. Auf den werden wir heute noch ein, zwei Mal zu sprechen kommen. Den werden wir ein, zwei Mal noch sehen. Das ist so ein bisschen mein Beispielpunkt. Geht natürlich auch mit Wänden. Hier ist es jetzt TGA-bedingt. Ein bisschen auf die tragige Stelle hinterlegt. Geht aber auf jeden anderen Zeitabschnitt letztendlich auch. Natürlich will man das Ganze aber nicht nur visualisieren. Man möchte diesen Zeitplan ja auch ein Stück weit nutzen. Beziehungsweise Bild ist dafür ausgelegt, durchgängige Workflows für Sie bereitzustellen. Das heißt, ich möchte vielleicht Elemente mit diesen Aktivitäten in diesen Zeitplänen dementsprechend verknüpfen. Und auch das geht eben inzwischen, dass man hier einen Zeitplan auswählt, zum Beispiel das Feld 397. Und dann kann ich hier auf Referenzen klicken und habe hier die Möglichkeit, Referenzen hinzuzufügen. Da gibt es die ganz verschiedenen Modelle oder Versionen beziehungsweise die Module des Autodesk Builds dementsprechend. Von Dateien über Pläne bis hin eben zu den Objekten. Für mich persönlich machen die Objekte immer mit am meisten Sinn. Denn die Objekte sind eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wirklich dediziert über bestimmte Elemente in meiner Baustelle zu sprechen. Und diesen ganzen Ablauf, den ich quasi haben will, also von der Planung letztendlich bis dann hin zur Abnahme in über ein Modell, über ein, nicht Modell, über ein Objekt dementsprechend zu kommunizieren. Und da kann ich das Ganze dann auch super nachvollziehen. Das werden wir jetzt im Laufe dieses Webinars uns eben noch angucken, ein Stück weit. Hier eben dieser konsistente Workflow mit den Objekten. Und das gucken wir uns einfach mal kurz hier im Bild an. Das heißt, ich bin hier in meinem Modul Bild und habe hier das Zeitplan-Tool offen und bin hier auch schon aus Ladezeitgründen zu der ID 397 gesprungen. Das war genau die, die wir uns vorher angeguckt haben, die wir eben verändert haben. Und wenn ich hier bei den Details gucke, dann sehe ich eben Vorgänger, Nachfolger, verbundene Elemente. Ich sehe auch hier diesen Versionsvergleich, den wir vorher hatten, beziehungsweise in dem Fall den Versionsverlauf. Und ich kann eben auch zu den Referenzen springen und habe hier dann Objekte hinterlegt. In dem Moment sind ja Tragegestelle für die TGA-Rohinstallation. Habe ich mal die Vorwand-Installationen genommen, die ich auch schon in meinem letzten Video mal importiert habe oder mir aus dem Modell rausgeholt habe und kann jetzt hier zum Beispiel draufklicken. Gucken wir mal, wie mit Teams die Ladezeit ist. Aber das schaut relativ gut aus. Und dann sollte er automatisch zu den Objekten springen. Mal gucken, ob er es noch macht. Wenn er es nicht macht, dann probiere ich es nochmal. Ich klicke es mal nochmal an. Wer jetzt direkt hinspringt. Gut, mag er jetzt nicht. Ist nicht weiter schlimm. Ich kann hier also gucken. Ich habe hier die Vorwand-Installationen. Ich habe hier diese Objekte, diese Installations-Objekte. Und wenn ich hier bei den Referenzen zum Beispiel gucke, dann sehe ich eben, hier ist wieder im Umkehrschluss dieser Zeitplan hinterlegt. Das heißt, ich habe einen konsistenten Workflow. Ich habe einen durchgängigen Workflow. Ich habe diese Referenzen miteinander verknüpft und kann dadurch von beiden Seiten gucken, okay, was ist denn in diesem Zeitabschnitt für ein Objekt, das ich platzieren sollte. Und umgekehrt kann ich beim Objekt gucken und sehe hier, okay, da ist ein Zeitabschnitt, da sollte dieses Objekt platziert werden. Und dementsprechend kann ich natürlich dann auch meinen Status definieren. Das heißt, wenn es jetzt erst nächste Woche gebaut werden sollte oder eingebaut werden sollte, dann wäre es halt jetzt mal Zeit, dieses Element vielleicht auf bestellen oder bestellt zu setzen vom Status her. Dann ändert sich hier dieser Status und ich weiß, ich muss dieses Modell dementsprechend bestellen. Also hier die konsistenten Workflows, um eben sein Zeitmanagement auch im Griff zu haben beziehungsweise mit dem Tool Zeitplan für den Bereich zu arbeiten und diesen Zeitplan dann zu nutzen und in meinen Workflow im Bild zu implementieren. Ja, das also zu der Nutzung des Zeitmanagements, wie ich damit umgehen kann, Versionen vergleichen, Objekte hinzufügen, Referenzen hinzufügen, Änderungen. Dieses Thema ist hier alles möglich, um diesen durchgängigen Workflow bereitzustellen. Auf dieses Thema werden wir, ja, das war das Thema Zeitmanagement, genau. Und das zweite Thema war dann eigentlich auch schon die Baufortschrittspläne. Auch hier der kurze Abriss, wie kann ich damit umgehen? Auch hier geht man wieder ein Stück weit auf die Objekte ein. Baufortschrittspläne, Objekte für den Baufortschritt nutzen. Wie ist das zum Beispiel möglich? Es können Objekte über eine Vorlage importiert werden. Das heißt, diese Objekte, die Sie gerade gesehen haben, diese Vorwandinstallationen etc., die kann man über eine Vorlage oder direkt aus dem Modell sich dementsprechend in das Bildprojekt hineinholen. Und das funktioniert zum Beispiel auch für die Räume. Die Räume würde man jetzt explizit über eine Vorlage importieren. Das liegt daran, dass leider Revit oder die ACC noch keine Räume in dem Moment erkennt und hier wirklich als Objekt oder Standort definieren kann. Darum macht man das über eine Vorlage-Datei. Und diese Räume kann man dann letztendlich als Objekt in einem Plan platzieren, um die Visualisierung des Baufortschritts über den Status durchzuführen. Auch das gucken wir uns einmal kurz live an. Ich wechsle hier einmal den Reiter und bin hier in dem Modul Pläne. Und ich habe hier schon mal einen Plan vorbereitet, wo ich gewisse Elemente platziert habe darin. Das waren jetzt in dem Moment die Räume eben. Das heißt, ich habe mir diese Räume als Objekte angelegt. Ich muss hier einmal auf die Objekte wechseln. Und dann sehe ich hier durch eine Einfärbung, hier ist vom Testen offensichtlich noch was senken geblieben. Das ist aber jetzt hier nicht die Problematik. Und ich kann hier zum Beispiel weitere Objekte platzieren. Das habe ich mir einmal extra freigelassen, wo ich eben sage, Objekte. Habe ich zum Beispiel die Räume als Objekte hinterlegt für den WC-Bereich. Scroll ich mir ein bisschen runter. Zum Beispiel das WC-Herren hier. Und dann kann ich dieses Objekt hier dementsprechend platzieren. Und je nachdem welcher Status diesem Objekt, was in dem Fall eine symbolische Darstellung für unseren Raum ist, über den Status dieses Raumes, dieses Objektes, kann ich eben eine Visualisierung anhand der Farben gewährleisten. Und kann zum Beispiel hier dediziert sagen, dieser Raum ist jetzt in der Abnahmephase. Dieser Raum ist in dem Thema Fertigstellung oder ist gerade gestellt für diesen Raum. Damit kann ich also einen Baufortschritt hier visualisieren. Auch wieder hier der Vorteil natürlich, also es ist natürlich ein gewisser Aufwand, muss man immer dazu sagen, diese Räume über die Objekte zu erzeugen und dann auch hier zu platzieren. Den Vorteil, den Sie aber hieraus wieder gewinnen, ist, dass auch das natürlich ein durchgängiger Workflow ist. Das heißt, Sie haben hier eine Verbindung. Sie können den Raum als Objekt in verschiedenen Modulen für die Besprechungen, für Pläne etc. nutzen und können den immer hinterlegen. Und haben damit die Möglichkeit, in diesem Raum, über diesem Raum zu sprechen sozusagen. Die Referenzen sind hinterlegt und man weiß immer genau, über welchen Punkt des Baustellenmanagements spricht man das denn gerade. Daher auch hier der Standort immer mit hinterlegt. Das Thema Standort gucken wir uns später dann nochmal kurz an. Also damit eine relativ leichte und schnelle Visualisierung des Baufortschrittes möglich. Wie gesagt, der Vorteil, die Objekte, die können wir uns auch nochmal angucken. Das heißt, hier die Objekte habe ich zu einer Kategorie Raumbuch hinzugefügt. Dann sehe ich hier diese Räume und diese Objekte kann ich dann dementsprechend mit verschiedenen Referenzen auch wieder nutzen und kann dann hier das in Plänen verankern, in Besprechungen nutzen. Das, was ich im Vorfeld bereits gesagt habe. Das Ganze kann man ein bisschen zusammenfassen mit dem Thema Alles im Griff, denn Autodesk hat hier schöne Möglichkeiten implementiert, diesen Workflow wirklich konsistent durchzuschleifen, konsequent durchzuschleifen und immer wieder diese Referenzen mit aufzunehmen. Das heißt, ich kann das Ganze auch mobil nutzen, indem ich Pläne und deren Inhalt auch mobil aufrufen kann. Das Ganze kennen Sie vielleicht schon. Hier eben ein Ausschnitt aus der App, der Autodesk Construction Cloud App. Hier in dem Moment jetzt eben auch die Pläne zu verwenden. Ich gehe wieder in meinen Plan, den ich Ihnen vorher gezeigt habe. Ich muss hier oben einmal auf die Objekte klicken und dann sehen Sie auch hier diese Einfärbung. Sie können dann genauso auf diese Objekte dementsprechend wieder drauf eingehen. Sie können hier Elemente und Informationen verarbeiten. Sie können sie hinzufügen. Sie können den Status verarbeiten. Sie könnten auch einen neuen Raum hier letztendlich platzieren für diese in der App dementsprechend. Ein weiteres Thema, was immer aktueller wird, ist in dem Fall die Nutzung von QR-Codes für mehr Effizienz. Das bedeutet, großes Projekt. Sie haben natürlich viele Standorte. Sie haben viele Räume. Sie haben viele Bauteile. Sie möchten nicht jedes Mal irgendwo suchen auf einem Plan etc., sondern Sie möchten natürlich das Ganze über die QR-Codes oder über eine schnelle Möglichkeit dementsprechend nutzen. Und auch hier mal das Ganze aus der mobilen Anwendung heraus. Das heißt, ich starte wieder in meiner Projektphase. Das ist ein bisschen schnell geklickt immer. Hier in der App. Dann klicke ich hier unten einmal auf Standorte. Und dann habe ich hier rechts unten die Möglichkeit zu scannen. Natürlich muss ich hier im Vorfeld diesen QR-Code in der ACC hinterlegt haben. Das heißt, ich muss hier einmal das eingestellt haben, dass dieser Link sozusagen mit einem QR-Code verbunden ist. Dann scanne ich diesen QR-Code und das Modell oder die ACC springt hier dementsprechend zu dem jeweiligen Raum hinzu. Ich habe dann noch einen anderen QR-Code gescannt. Das ist jetzt der Raum WC Damen. Und dann sehe ich diesen WC Damen, diesem Standort WC Damen sind fünf Objekte zugeordnet. Da kann ich hier gucken. Was ist es? Es ist das WC Damen, der Raum. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass die Objekte, dass ich die Räume sozusagen ebenfalls als Objekt angelegt habe, um die zum Beispiel in diesen Plänen zu nutzen. So wie ich es Ihnen vorher gezeigt habe. Und ich sehe aber auch hier aus dem Modell importierte oder aus dem Modell hergenommene Objekte. Das erkennt man daher, dass hier hinten die ID geschrieben ist. Und diese Objekte kann ich dementsprechend auch in der Baustelle oder auf der Baustelle jetzt verarbeiten. Das heißt, ich scanne diesen Raum. Es werden mir hier meine Elemente angezeigt. Und dann könnte der Ausführende jetzt zum Beispiel sagen, dieses Bauteil ist jetzt eingebaut oder ist schon im Funktionstest und kann hier den Status dementsprechend verarbeiten und bearbeiten, sodass Sie hier die Möglichkeit haben, durchgehend zu arbeiten und das Ganze auch auf die Baustelle zu bringen. Von Ihren Monteuren oder von Ihren Bauüberwachung dementsprechend aufnehmen zu lassen. Natürlich auch sehr sinnvoll Baustellenbegehung. Zum Beispiel eine Möglichkeit, Sie können an die Türen auf der Baustelle diesen QR-Code kleben und dann wird der gescannt. Und wenn man durch die Baustelle läuft, kann man dann eben die Objekte ganz, ganz leicht in ihrem aktuellen Status bearbeiten. Das Ganze funktioniert auch umgekehrt bzw. funktioniert auch so, dass man den einzelnen Objekten ein QR-Code zuweisen kann. Dann sieht das Ganze eben so aus, dass ich hier auf Objekte klicke, dass ich hier eben auf Objekte klicke und dann auch wieder einen QR-Code scanne und dann hier direkt in diesem QR-Code, direkt in diesen Objekteinstellungen lande letztendlich. Und dann hier zum Beispiel unter den Referenzen, also auch wieder natürlich den Status, die Informationen bearbeiten. Das ist vollkommen klar. Kann dann aber eben auch hier zu den Referenzen wechseln und kann mir die ganze Kommunikationshistorie oder die ganzen Referenzen, wo ist über dieses Bauteil gesprochen worden, wo ist dieses Bauteil zugeordnet, kann damit natürlich den Kreis schließen. Ich habe alle Informationen, die es zu diesem Bauteil gibt und die auf der Baustelle ja relevant sein könnten. Hier aktuell kein Plan hinterlegt, aber natürlich, wenn ich zu den Formularen gucke und hier wäre schon ein Abnahmeformular hinterlegt, dann kann ich sehen, okay, da und da ist es abgenommen worden. Hier unten eben auch wieder die Verbindung zu unserer 397, wo eben die Rohinstallation für diese Elemente abgehandelt werden sollen oder genau, wo der Zeitplan eben hinterlegt ist. Das Ganze lässt sich dann natürlich auch schön nachverfolgen, wenn ich hier so auf einen dieser aktuellen Standorten, zum Beispiel auf den Besprechungsraum, klicke für das Objekt und hier auf das Aktivitätenprotokoll gucke. Dann kann ich eben nachvollziehen, wann ist denn dieser Raum von geplant auf Funktionstest und von Funktionstest auf Abnahme gestellt worden, sodass ich also auch eben hier das Ganze schon ein Stück weit als Baufortschrittsüberwachung oder zumindest als Nachvollziehen, wann ist denn was passiert, nutzen kann. Das Ganze natürlich auch für die Objekte könnte man jetzt sagen, das ist ein bisschen dedizierter aufgebaut hier, das fällt ein bisschen klein, fällt mir gerade auf, dass eben hier die Möglichkeit besteht, jeden einzelnen Step sozusagen nachvollziehen zu vollziehen. Bei mir ist das natürlich jetzt alles von der Zeitspanne relativ kurzfristig, weil ich es ja nur für Sie visualisiert habe. Bei Ihnen ist dann zwischen geplant und bestellt wahrscheinlich zwei Jahre Unterschied oder ein Jahr und dann wird das Ganze eben konsequent nachvollzogen, wie sich das Bauteil oder wie sich die Objekte für Ihr Projekt denn entwickeln. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu nutzen, das heißt, Sie machen es entweder nur für Großbauteile, Sie können es auch für jedes Bauteil machen. Da ist letztendlich der Nutzung wenig Grenzen gesetzt, nur muss man sich überlegen, welchen Umfang möchte man denn dementsprechend fahren. Ja, sind wir schon die Zeit rennt beim fünften Agenda-Punkt der Weiterentwicklung der Cloud. Was ist aktuell passiert? Für das Bild ist aktuell ein Tool Korrespondenz hinzugekommen, wo man, das befindet sich noch in der Beta, in der öffentlichen Beta. Das heißt, das ist jetzt im März, im Mai aktualisiert worden. Hier können Sie also den Schriftverkehr über die ACC steuern, filtern und abarbeiten. Das heißt, Sie können hier über das Modul eine Korrespondenz erstellen mit Anhängen, mit Inhalt und können dann dementsprechend hier das Ganze auch hinterlegt haben, sodass Sie das nutzen können. Das Thema Standorte ist erleichtert worden dadurch, dass man eben Standorte anhand einer Vorlage importieren kann. Diese Vorlage sieht dementsprechend einmal so aus. Ich habe das jetzt einfach gemacht. Ich habe mir die Vorlage geholt, habe mir eine Bauteilliste im Revit gemacht und habe das dann hier einmal reinkopiert. Feinere Weg wäre natürlich ein Dynamo-Skript oder ähnliches, um sowas zu füllen. Dann kann man hier die Standorte in der ACC importieren. Das zweite ist, man kann den Objektstandort mit einem Parameter aus dem Modell verknüpfen. Das würde ich mir mal kurz live mit Ihnen anschauen. Und zwar habe ich hierzu schon Objekte gefiltert. Das sind in dem Moment Heizkörper. Die habe ich aus Zeitgründen mir natürlich schon mal geholt. Wie das funktioniert, zeige ich im letzten Video. Also da gerne noch einmal den Step zurückgehen und sich das angucken. Und jetzt kann ich eben im zweiten Step Modelleigenschaften zu Objektfeldern zuordnen. Da gibt es das Feld Standort und dann muss ich wissen, welchen Parameter ich dafür genommen habe. Ich habe jetzt mal CAX-AKS-Schlüssel genommen. Der war gerade frei. Klicke auf Speichern. Und dann importiere ich mir die Objekte. Jetzt müssen wir mal gucken, wie lange es dauert. Ob es von den Ladezeiten her in Ordnung ist. Da haben wir sie schon. Wirkt importieren. Dann habe ich mir jetzt sozusagen aus dem Modell über Parameterwerte geholt. Und dann sehe ich hier, ich habe es nicht für alle Heizkörper gemacht. Ich sehe aber jetzt hier in diesem Heizkörper plane Platte ist jetzt ein Besprechungsraum hier hinterlegt, den ich dann eben konsequent durchziehen kann. Das heißt, ich weiß ständig genau, über welchen Heizkörper spreche ich denn anhand der Tatsache, dass zum Beispiel auch der Standort hier hinterlegt ist. Das kann ich auch in Revit kurz, wenn das das Modell ist, dann sehen wir also hier ist eben im AKS-Schlüssel diese Information hinterlegt, dass hier dieser Besprechungsraum drinnen ist. Ich kann auch Objekte mit einer Vorlage importieren. Das ist genau das, was ich mit den Räumen gemacht habe. Diese Vorlage sieht dementsprechend so aus. Auch die kann man mit einem Dynamo-Skript füllen. Auch hier habe ich wieder diese Information. Ich habe eine Kategorie angelegt. Ich habe eine Beschreibung und dann letztendlich auch hier wieder meinen Standort schon hinterlegt, damit das Ganze einfach ein rundes Bild ergibt und ich genau weiß, über welchen Raum, über welches Objekt spreche ich denn in dem Moment. Und über die Standorte dann auch eben dieser Kreis mit den QR-Codes möglich. Ich scanne es. Ich weiß genau, welche Objekte befinden sich denn hier letztendlich in diesem Standort. Wichtig ist dabei eben nur, dass die Definition muss genau gleich der Standorte dementsprechend sein. Das heißt, Bauteil 1 in dem Moment, dann die Ebene, dann die Bauteil der Raumnahme und Raumnummer. Das war eine Kombination und eher, das haben wir uns quasi schon zusammen jetzt angeguckt. Was soll von Autodesk noch kommen? Von Autodesk gibt es eine Roadmap. Diese Links schicke ich Ihnen gleich noch in den Chat mit rein, wo man eben ein bisschen nachvollziehen kann, was soll in Zukunft kommen. Und wenn man sich ein bisschen informieren möchte, was gibt es denn schon? Dann gibt es die Autodesk Hilfe für die Build, die ist dementsprechend auch sehr interessant. Da stehen auch das Thema, wie hinterlegt man QR-Codes mit drin, dass Sie da einen QR-Code-Generator brauchen, etc. Das ist ja alles sehr, sehr schön beschrieben. Was schon kommen wird, ist einmal ein Tool oder was jetzt aktuell in der Closed Beta ist, ist ein Tool zur Arbeitsplanung. Das heißt, noch detailliertere Planung nach der Lean-Methodik. Wie das genau aussehen wird, ist noch nicht ganz klar. Klar ist nur, dass hier aktuell daran gearbeitet wird von Seiten Autodesk, dass man die Workflows noch genauer aufschlüsseln kann, dass man seine wöchentlichen Arbeitsvorgaben dementsprechend rausschreiben kann. Das zweite, was auf jeden Fall aktuell noch in der Überprüfung ist, ist ein Handover-Tool. Das heißt, ein Tool zur Erzeugung eines Übergabepaketes, zum Beispiel eben als Bestandsdokumentation, wo Elemente rausgeschrieben werden, wo das Ganze als PDF zum Beispiel, also verschiedene PDFs, an den Bauherrn übergeben werden kann, damit Sie es dann auch dementsprechend weiter nutzen können. Oder nicht nutzen, sondern dass Sie Ihren Auftrag sozusagen abgeschlossen haben mit der Übergabe dieser Dokumentation. Egal, ob es jetzt planer- oder ausführende Seite ist, dementsprechend hier die Nutzung. Ja, was wäre unser Wunsch von Seiten der Auxalia? Ja, das mit den Standorten ist natürlich mit dem Import, mit dieser Vorlagendatei schon deutlich verbessert worden. Aber natürlich wäre hier schon mal ein Wunsch, den wir schon an Autodesk auch geäußert haben, dass hier die Standorte tatsächlich über die Räume oder die MEP-Räume erkannt werden. Aktuell tatsächlich der Vorgang ja so, dass man eben hier in den Einstellungen die Standorte anlegen muss, beziehungsweise sie sich anhand einer Vorlagendatei, wie ich sie Ihnen vorher gezeigt habe, hier einmal importieren muss, um diese Standorte dann dementsprechend nutzen zu können. Und wie Sie sehen, sind hier diese QR-Codes, die ich Ihnen vorher in der mobilen Anwendung gezeigt habe, hinterlegt worden, habe ich mit einem QR-Code-Generator dementsprechend erzeugt. Ja, was ist unser Wunsch noch ein Stück weit an Sie? Wenn Sie Wünsche oder Anregungen haben, was in der Cloud besser gemacht werden muss oder was an Tools noch notwendig ist, sprechen Sie uns gerne an diesbezüglich. Wir sind dafür da, dass wir Sie begleiten, dass wir Sie unterstützen bei der Digitalisierung und auch bei der Anwendung von Cloud-Thematiken auf der Baustelle. Ich glaube, dass hier im Moment eben sehr viel passiert und dass hier sehr, sehr gute Nutzungsmöglichkeiten bestehen. Wichtig ist nur eben, dass man natürlich einschätzen kann, braucht es noch was oder an welcher Stelle braucht es noch was, um Sie da dementsprechend dann auch unterstützen zu können. Gut, das wäre es von meiner Seite erstmal gewesen. Perfekt. Max, herzlichen Dank. Vielen Dank eben auch an Sie, also auf der anderen Seite der Kamera. Und es würde uns freuen, wenn Sie uns hier mit Fragen weiter löchern. Es würde uns natürlich auch freuen, wenn wir Sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit unserer Beratung oder wenn wir Ihnen mit unserer Beratung zur Seite stehen können, damit wir Ihnen vielleicht auch mal das Produkt näher bringen beziehungsweise dann vielleicht auch in Ihrem Unternehmen zum Einsatz kommen. Also Sie wären an der Stelle auch aktuell nicht der Erste, muss ich auch so zu sagen. Es gibt schon einige, die das Tool hier nutzen. Ja, das nochmal hierzu. Ich würde jetzt nochmal kurz in den Chat gucken. Da gibt es aktuell leider keine weiteren Fragen. Die kommen vielleicht noch. Ich möchte Sie aber gerne auch noch auf unsere weiteren, ich sage jetzt mal, Keynotes hinweisen beziehungsweise natürlich auf unsere Seminare dazu, was mein Kollege schon Ihnen gerade gezeigt hat. Wir haben jetzt praktisch dann nochmal Using Plant Tools for Collaboration Projects. Das kommt um 17 Uhr. Also holen Sie dann schnell einen Kaffee und dann geht es gleich weiter. Ja, und morgen um 13 Uhr können wir uns wiedersehen zum Thema Okulu. Automatische 360 Bestands- und Baufortschrittsdokumentation für die Baustelle. Sehr spannendes Thema. Hier haben wir eine Firma zugeschaltet live aus London, die uns ihr Produkt näher bringt und würde mich freuen, wenn Sie sich das vielleicht auch mit mir gemeinsam nochmal anschauen. Wir bewegen uns dann natürlich weiterhin zum Thema Baustelle im ausführenden Bereich. Und am Freitag freue ich mich auch nochmal auf einen speziellen Termin gemeinsam mit der Firma Henn, mit dem Büro Henn, die uns an der Stelle auch ein bisschen mehr und ein bisschen Insights zu ihrem Nutzen unserer Lösung Ihnen erzählen werden. Genau, das war es quasi von unserer Seite. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke. Und ich wünsche Ihnen allen, auch dir Max, jetzt einen schönen Nachmittag. Wir sind dann um 17 Uhr wieder in unserem nächsten Call. Danke. Danke. Tschüss. Machen Sie es gut. Ciao. 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 Ciao.